so lange her es ist wieder kevin time und wie man auf die uhr und kevin darf ich wohl präsentieren unser alter freund und wie ich gesagt habe er hat eine neue freundin wow das ist ein brech hintergrund das ist ein brech hintergrund das ist ein brechst das ist ein brechst das das ist alles nie geschehen heute ist wieder mal eine geschichte und will ich dir sogar die vierte für das musik item sohle ich mache euch ticke an schönst ticke jetzt kann ich nicht nein also und jetzt gar nicht schnell bis geholt endlich wartet seiten vorbei also kevin und so eine freundin haben verschlossen das wandern hat das nur lustig jetzt muss ich schnell sechs aufbauen ein kristall eis in acht und das wandern hat das müllers fährt das wandern hat das pipis wird ja oder gehen wir mal da drüben hin und dann noch nach oben da drüben hat es doch etwas und das ist klar das ist meine mutter von früher und ich hatte einen kleinen doch nein sie hat 10 nicht geschafft und nein doch sie hatte es nicht ich muss hier weg folgendes das klettern ja ich bin da bra die einde tot heile 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 kalt und heilt Schatz, ich geh mal, ich schatz, ich geh mal in die Höhle, verstanden? Schatz? Schatz? Ich leg da doch mal ein bisschen hin, ich bin doch ganz zitterig tot. Okay. Oh mein Gott, da drin hat's ja Bienen! Das war nur mein Sandwich. Ich hab so Hunger! Ist doch dein Magen, du Arschloch! Guck mal, was ich gefunden habe! Meine alte Hunderhose! Dein Ernst? RIP, MOTHERFUCKER! Cool, man. Aber er hat etwas anderes gefunden und zwar... und zwar... ja... hat locker gefunden. RIP, MOTHERFUCKER! Doch nein, er fand doch ein Schwein! Oh nein! 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 Er hat... ...den Kristall... ...voller... ...pfff! Help me! Oh, ich helf dir! Ich stecke unter dem Stein! Oh mein Gott! Guck! Guck! Boom! Ich lebe noch! Hallo! Wo ist Kevin? Kevin? Kevin! Wo bist du? Da drüben? Da drüben! Wo ist er drüben? Da drüben! Da drüben! Oh! Er ist tot! Dün! 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 Also sie haben ein Gestall gefunden! Seine neue Freundin hat ihn weggeworfen! Und sie geht pleite heim! Und das war das Ende von heutiger Kristallgeschichte! Ja! Schon es schöpft das Schossi hohe, aber sie ist gesicht gut! Mhm! Und Ende!